Herzlich willkommen und schön, dass Sie vorbeischauen auf der neuen Internetseite Gemeinsam in Bonn des Katholischen Bildungswerkes und des Evangelischen Forums. Wir wollen Stadtgeschichten zeigen. Wir wollen zeigen, was es heißt, Gemeinde zu sein. Wir wollen zeigen, wie Menschen einander helfen in diesen krisenhaften Zeiten. Es ist eine Seite, zu der Sie eingeladen sind. Denn wir wollen von Ihnen wissen, ob es gute Projekte gibt, ob es Ideen gibt, die Sie hier zeigen möchten. Melden Sie sich bei uns, gerne über das Kontaktformular, das Sie auf dieser Seite finden. Denn eins ist sicher, wir sind gemeinsam in Bonn.